Ja, herzlich willkommen meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mir, es ist eine Riesenehre, dass er sich die Zeit genommen hat, hier zu sein, für Sie hier zu sein, Robert Habeck. Ja, dann einen schönen Abend, damit ich erkläre Ihnen kurz, warum ich diesen Film ausgesucht habe. Es ist schon deswegen unter anderem ein besonderer Film, weil er eigentlich immer brüllend komisch ist. Sie werden gleich lauter Typen kennenlernen, mit denen Sie eigentlich nichts zu tun haben wollen und die doch irgendwie liebenswert sind, liebenswert gezeichnet. Das, glaube ich, ist schon große cineastische Kunst. Insofern ist der Film, obwohl er jetzt schon fast 15 Jahre alt ist, fast aufregend aktuell in einer Zeit, wo sich viele Menschen fragen, wie man mit lauter Leuten, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben will, irgendwie was zu tun haben könnte. Man wird, wenn man ihn zulässt, immer wieder drauf zurückgeworfen auf diesen Film, weil er es schafft, ganz große Themen, im Grunde Glaube, Liebe, Hoffnung, im ganz Konkreten letztlich in einem Apfelkuchen zu bannen. Und ich glaube, nur so kann es im Moment gehen, in einer Zeit, wo alle großen Ansagen, wie leere Worte klingen, im Kleinen das Große suchen. Und deswegen habe ich mir diesen Film gewünscht und bin dankbar, dass Sie so zahlreich gekommen sind und dass wir jetzt schöne anderthalb Stunden haben und dann auch noch ein bisschen weiter plaudern können. Vielen Dank und Film ab! Denken Sie denn, dass das Kino trotzdem oder gerade weil es diese große Kraft hat, dennoch ein Austausch sein sollte für eine politische Diskussion? Filme müssen nicht zwingend politisch sein, um politisch zu sein. Also sie müssen nicht von Politikern handeln oder von politischen Geschehen handeln, um politisch zu sein. Ich glaube, das Politische an Kunst insgesamt ist, Wirklichkeit zu irritieren. Also eine Abweichung vom Normalen zu machen. Und das für sich genommen, also nicht affirmativ zu sein, nicht bestätigend zu sein und zu sagen, jetzt wissen alle noch viel genauer, was richtig ist, sondern Fragen zu stellen, Brüche einzuführen in die normale Welt, das ist eigentlich schon die Aufgabe, finde ich, von Kunst oder von Kultur insgesamt. Und das ist eigentlich schon die Aufgabe, finde ich, von Kunst oder 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 von Kunst.